Yo Leute, willkommen zurück zu Hopp und wir gehen einmal nach links. Ups, war ein Viech noch. Egal, ist nicht das Erste, was ich gekillt habe von den Viechern. So, ich habe ja gesagt, wir wollen einmal hier lang, damit ich gucken kann, ob ich hier nicht eventuell eine Möglichkeit habe, das eventuell hochzufahren oder andersrum zu kommen. Hochzufahren. Jawoll. Klatsch. Egal. Passiert. Shit happens. So. Hopp. Und... Sehr schön. Ähm, ich wollte ja eigentlich nur dahin wegen dem Schmetterling. Dass die Story da weitergeht, wusste ich ja nicht. So. Jetzt die Frage. Wie komme ich da hoch? Ähm. Ja, gehen wir einmal hier unten lang. Da gibt es keine Verbindung. Schade. Da muss ich einen anderen Weg finden. Ähm. So. Moment. Hier könnte ich da... Hier war ja nichts. Hier drauf? Ah. Sehr gut. Und... Ah. Okay. Warum auch immer. Aha. Hab dich. So, du bist mir schon ne ganze Weile auf den Sack gegangen, aber schön, dass ich dich jetzt habe. So. Was ist das? Ist das wieder so'n, so'n, äh, ich guck mir was an, ne, das dürfte ne Rüstung sein. Blau oder was? Oh, erhöht Gesundheit, verlangsamt Wiederherstellung, Energie Wiederherstellung, find ich cool. So, ups, den wollte ich gar nicht killen. Aber, so, im Eufer des Gefechts passiert. Ähm, hier ist nix, oder wie? Scheint so. Das scheint fast so. Okay. Ist hier irgendwo was hochgefahren? Ah, Moment. Von hier aus. Den Sprung könnte er schaffen. Wenn ich richtig ziele. Müsste er den Sprung schaffen können? Erzähl doch keinen Scheiß. Das ist doch auf jeden Fall hier richtig. Ja. Erstmal den aufmachen. Oh, ne Fähigkeit. Geblockte Angriffe erzeugen Energiekugeln. Ah, das ist cool. Hau ab. Geh rein. Explodiere bitte. So. Haben wir das auch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da runter. Ne. Ich ja links. Das ist glaube ich eine Brücke gewesen, wo ich dann, äh, wo ich einen Schalter drücken konnte und wo dann hier nichts passiert ist. Und jetzt flutet der das hier alles mit Wasser, ne? Ja. Okay. Jetzt könnte ich da weiter. So. Hier unten drunter. Ist das im Endeffekt. So. Hallöchen. Kletter ich einfach mal hier hoch. Das war es auch. Genau hier musste ich hin, um die zu holen. Perfekt. Eine Gesundheit mehr. Klatsch, ab ins Wasser. Sonst noch irgendwas. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie weiterkomme, oder? Also es könnte sein, dass ich irgendwie den hier gecleanst kriege, aber ich glaube eher nicht. Moment. Hab ich da was gehört? Der hat bestimmt einen großen Energierige. Okay. Da oben links, ne? Okay. Ja, ich weiß. Ich hör, ich hör den auf jeden Fall gerade. Hier in der Nähe. Da auf jeden Fall irgendwo links lang. Ne. Okay. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub, hier bin ich noch nicht richtig. Da fehlt irgendwie was. So. Oh. Wie kommst, dass ich die nicht gefunden hatte? Gut, dass ich sie jetzt gefunden habe. so. So. Weil ich dachte auch, das wär der Weg zurück hier. Hm. Guten Tag. Äh. Hier irgendwie lang? Ich glaube nicht, ne? Hier war einfach nur, glaub ich das zum, zum Grappeln. Ja. Hab ich den Grappling her. So. Zack. Okay. Ähm. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo großartig was machen können. Wobei, man hat ja gesehen, ich bin wohl an dem einen oder anderen vorbeigegangen. Aber, im Moment, glaub ich war's das erst einmal. So. Ich bin mir sicher, dass ich von der anderen Seite später da rum kommen werde. Und, äh, von der Seite dann halt... Irgendwie an das Viech dran kommen werde. Oder ich krieg ne neue Fähigkeit oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt dran komme. Kann, ich kann mich natürlich, äh... So. Oh. Ein paar Pünktchen... Nee. Eine Fähigkeit. Alter. Jetzt fehlen mir langsam die Punkte. Warp betäubt Gegner. Das ist cool. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ne coole Fähigkeit. Okay. Ah. Moment. Den hätte ich gerne auf der Karte markiert. Danke. Okay. Und hier ist auch irgendwo ein Lebensbalken in der Nähe. So viele Dorn. Meistens in der Nähe von Lebensbalken. Okay. Sind wir jetzt in dem großen Roboter drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur... dass da drüben ein... Schmetterling ist. Gib mir den Schmetterling. Schmetterling Nummer 2. So. Ähm. Noch weiter nach links. Ein bisschen nach oben. Da komm ich nur leider nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Da war ich ja gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht wo ich hin muss. Okay. Da hinten sieht man den Schmetterling im Hintergrund. Jetzt nicht mehr. Aber ja. Ich bin in dem großen Roboter drin. Hm. Okay. Äh. Ja. 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 Einmal hier hoch. Hier ist ein Speicher. Ich hab. Oh. Und hier ist auch... ein Teleporter. Aber ich bin jetzt da wo ich vermutet habe, dass ich hinkomme. Nämlich da wo ich das gehört habe, dass da eins der Viecher am Fiepen ist. Was? Oh. Krieg ich ne Fähigkeit? Ne. Leider nicht. Äh. Da. Und nu? Und nu? Okay. Was ist das hier? Hätte ich schneller sein müssen oder was? Moment. Wir schauen einfach mal. Oh. Äh. Okay. Ich verstehe das nicht. Da unten. Mann ist das alles nicht versteckt. Okay. Das war auch ein bisschen asserlich. Oh. Oh. Ne Fähigkeit oder was? Ne. Jetzt gibt es nur Punkte. Hier gab es nur da... Okay. So meine Lieben. Wie komme ich denn jetzt wieder? Zurück. Ah. Okay. Das war der Rückweg hier. Okay. Komm. Raus hier. Was ist dein Schwachsinn? Okay. Hier unten. Äh. Äh. Okay. Sieht aus wie ne... Leer gemachte... Lebenspflanze. Aber ich war hier definitiv noch nicht. Das wüsste ich. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Was soll ich jetzt sehen bitte? Was genau soll ich jetzt sehen? Da drüben steht... Ein Roboter. Ist das mein Roboter? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube ja. Äh. Keine Ahnung. Keine Ahnung was ich da sehen soll. Und was auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber... Ups. Ich weiß auf jeden Fall... dass da... ein Weg lang geht. Ich sehe nicht allzu viel. Okay. Cool. Der Weg ins Nichts. Okay. So. Klettern wir mal hoch. Irgendwie muss ich hier doch weiterkommen. Oder muss ich erst zu dem anderen Ziel? Muss ich die beiden parallel machen oder sowas? So. Hier unten geht es auch nicht weiter. Okay. Das heißt hier runter. Hier weiter. Da hoch. Ich gehe jetzt mal zu dem anderen Target. Dem da. Könnte sein, dass dafür der Teleporter gedacht ist. Das ich nicht so sch... Äh. Nicht so lange... Äh. Nicht so lange... Nicht so lange laufen muss. Ich meine habe ich jetzt nicht... nicht direkt gecheckt. Aber... Das könnte sein. Das ich jetzt erstmal gezwungen bin, das andere zu machen. So. Okay. Ist doch ja immer noch. Es würde mich ärgern, wenn der jetzt hier irgendwo sitzen würde. Der... Der... Dieser... Geist im Käfig. Einen Moment. Ich wollte... Zum Teleporter. Und mich von da aus... Zurück teleportieren. Oder vor teleportieren. Wie auch immer. Rein. Da hin. So. Darunter. Hatten wir hier auch einen Button, wo ich drauf gedrückt habe und nichts passiert ist? Äh. So. Konnte ich letztes Mal schon hier hoch? Ich glaube nämlich nicht. Ups. Okay. Und ich bin... Am anderen Arsch der Welt wieder rausgekommen. Gut, dass ich neben einem Teleporter rausgekommen bin. So. Ich weiß nicht, ob das das Outfit ist, was da so rumbackt. Aber irgendwie sieht es lustig aus. Jawoll! Genau getroffen. Und... Äh. Hier. Das ist im Speicherpunkt. Da muss ich nicht so weit laufen, falls ich nochmal runterfalle. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Ja, komm! So. Wunderbar. Wunderbar. Hoch hier. Okay. Alles nur dafür, dass ich hier ein bisschen am Rad drehen kann. Und... Und... Okay. Ah, okay. Das führt den Wasserfluss weiter. Ich vergiss es. Ja. Ah. Die Viecher sind ätzend. Bevor ich vergiftet werde, sterbe ich lieber durch Vollschaden. So. Ähm. Ja. Ah, ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da hinkomme. Okay. Im Moment gehe ich erstmal von ihm weg. Das bringt mir alles hier nichts. Ah! Okay. Okay. Wie komme ich da... Ich muss wahrscheinlich erst nach ganz unten, ne? Bevor ich dann... ...wieder hier hochklettern kann, hier vor... Da. So. Dann einmal hier rüber. Da hin. Da hin. Da hin. Da haben wir ihn. So. Ups. Okay. Schlechte Idee. Nicht drauf springen. Nicht versuchen drüber zu springen. Okay. Wie komme ich da hoch? Wie zu... Okay. Da ist ein Rumbling. Okay. Ein bisschen mehr Energie für mich. Aber da komme ich nicht lang. Wie komme ich da hin? Nicht da hin, bitte. Okay. Hier lang. Da hoch. Da hoch. Okay. Mach ihn frei. Jawoll. Wunderbar. Haben wir geschafft. Den Schmetterling nehme ich noch mit. Alles erblüht wieder. Und zum Abschluss. Ein wunderschönen Blick. Auf die Welt. Leute, wenn es euch gefallen hat. Liked da lassen. Wir haben ihn auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei Hohepautzer rein. Bis dahin. Ciao, ciao.